Hallo und herzlich Willkommen liebe Freunde zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Ich lade euch herzlich auf einen Livestream ein und zwar am Sonntag, den 3. Juli. Also es müsste jetzt diese Woche Sonntag sein. Um 16 Uhr wollte ich anfangen und zwar spielen wir das Far Cry Primal DLC, die Legende des Mammuts. Es soll, ich habe ungefähr nachgelesen, dass es so um die 45 Minuten lang sein soll. Mal schauen, ob wir danach noch was machen. Ich hätte auch mal Bock in Far Cry 3 Blood Dragon reinzuschauen. Das habe ich dazu als Geschenk gekriegt, als ich das Spiel gekauft habe. Also auf jeden Fall habe ich euch auch versprochen, sobald der Rechner wieder fit ist und ich eine neue Internetleitung habe, mache ich einen Stream. Und das ist jetzt der Fall. Diese Woche Sonntag, 16 Uhr auf Twitch. Ja, wir spielen die Legende des Mammuts erstmal. Dann gucken wir was noch passiert und ich hoffe ihr seid dabei. Bis denn. Sonntag, 3. Juli, 16 Uhr. Haut rein. Tschüss.